Also man sagt eshhadu en la ilaha illallah wa eshhadu enna muhammedan rasulullah Das war auch Farad, ja? Das war auf Deutsch übersetzt Ich bezeuge, dass es keinen einzigen Gott gibt Außer Allah Und ich bezeuge, dass der letzte Gesandte Gottes ist Mohammed Oder dass der letzte Gesandte Gottes ist Mohammed Genau Takbir